Musik Hallo und allen ein herzliches Willkommen bei Legendary Games. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Mission 2 der Terraner steht an. Wir haben uns auf der Außenwelt durchgesetzt und wir arbeiten gegen Mengsk, um eben auch die Terraner wieder in Freiheit zu führen. Und dafür müssen wir jetzt in den Werfen von Dilla Kreuzer klauen, glaube ich. Das war so eine Mission, die Durchrennmission sein müsste, wenn ich mich dunkel daran erinnere. Wer sind wir eigentlich? Wir machen einen Podcast. Da gibt es jede Menge alte Spiele hier im Kanal, könntet ihr die unter anderem auch sehen. Schaut einfach mal auf www.legendarygames.de vorbei, wenn euch das interessiert. Hier im Kanal findet ihr StarCraft 1 komplett, also sprich die Hauptkampagne und auch das Add-on. Und ihr seid gerade etwa in der Mitte des Add-ons von Blut War, das 1999 erschienen ist. Ich wünsche viel Spaß beim Zusehen. Und ja, wenn irgendwelche Fragen sein sollten, einfach ab damit in die Kommentare. Allen anderen wünsche ich viel Spaß bei der Mission. Captain, Vice Admiral Stukow hat mir von ihrem perfekten Einsatz auf Praxis berichtet. Ich muss Sie dafür loben, unsere Kampagne mit einem so entscheidenden Erfolg eröffnet zu haben. Unsere Tech-Teams haben den Datenlink der Liga entschlüsselt und auf die bestgeschützten Daten von Mengsk Zugriff erhalten. Unsere Aufgabe ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Wir haben den Standort der Werften von Düla ermittelt. Diese Werften dienen als Auftank- und Reparaturstationen für die Liga und beherbergen eine ganze Anzahl einsatzbereiter schwerer Kreuzer in Trockendocks. Um sicherzustellen, dass unsere Dominanz in diesem Sektor unangefochten bleibt, sollen Sie diese Werften angreifen und so viele dieser schweren Schlachtschiffe befreien wie nur irgend möglich. Meine Herren, ich empfehle bei diesem Angriff größtmögliche Vorsicht walten zu lassen. Die Liga-Führung kann Ihre Außenbasen im Normalfall innerhalb von 16 Standardstunden mit Verstärkung versorgen. Sie sollten schon in Kürze mit einem Vergeltungsschlag durch Imperator Mengsk rechnen. Ah, der Verräter. Ich empfehle, dass Sie sich Ihres Ranges entsinnen, wenn Sie den Käpt'n oder mich selbst ansprechen, Lieutenant Duran. Haben Sie das verstanden? Natürlich, Admiral. So langsam merkt man dir dein alter Angera. Kuck nicht so auf dem Jungen herum. Er hat uns gerade vor einem drohenden Angriff gewarnt. Ganz gleich, als wie nützlich er sich vielleicht erweist, Alexei. In meinen Augen wird er immer ein Verräter sein. Und du weißt, dass ich Verräter auf den Tod nicht ausstehen kann. Und ob ich das weiß, Herr Al? Käpt'n, wenn Sie bereit sind, können Sie mit der Operation beginnen. Wenn Sie das Kommando über die schweren Kreuze des Feindes übernommen haben, sollten Sie sich dann auf Vorbereitung, die Verstärkung der Liga zurückzuschlagen, sobald diese eintrifft. Ja, dann legt man doch mal los. Ob der wirklich ein Verräter ist? Ah, ist das irgendwie ein Anzeichen? Wer weiß, wer weiß. Sobald Ihre Streitkräfte gelandet sind, Käpt'n, müssen Sie unsere Piloten zu den schweren Kreuzern geleiten. Sie sind in der Lage, die Schiffe zu kantern und sie unter unsere Kontrolle zu bringen. Ja, das ist so wie gedacht. Das ist eine durchere Mission. Ich mag die ja immer überhaupt nicht. Also dann, Leute, hört mal zu. Jedes Quadron erhält einen seine Täter zugewiesen, der die Verwundeten wieder zusammenflickt. Das heißt aber nicht, dass ihr unvorsichtig werden könnt. Immer hübsch cool bleiben und erledigt euren Job. Naja, knack mal die Bunker. Naja, knack mal die Bunker. Naja, knack mal die Bunker. Also ich würde sagen, das waren die ersten drei. Jetzt kommt es doch an. Wahrscheinlich geht es da weiter. Oh, fuck! Das wusste ich nicht, dass da noch ein Bunker steht. Gut, dass man einen Ersatz kriegt. Das ist gut. Ich wusste nicht, dass da noch ein Bunker ist. Drei Stück. Und die sind weg. Schlecht. Jetzt haben wir hier Ärzte und Ghosts. Ich bin da. Das wird eine hübsche Überraschung. Ich höre. Das wird eine hübsche Überraschung. Ich mach sie fertig. Ghost plus Arzt. Ich höre. Das wird eine hübsche Überraschung. Wo sind die Piloten da? Endlich. Dann wird hier irgendwas sein. Da sind zwei. Ich sehe das Problem. Ich mach sie fertig. Ich höre. Lauf mal bitte bis auf die andere Seite und lässt sich hier heilen. Ich brauche euch beide. Bis hierher kann man auf alle Fälle gefahrlos laufen. Ich muss mal enttarnen. Und ihr heilt den guten Mann mal. Ghost erstattet Bericht. Endlich. Hier ist irgendwo ein Panzer. Ich mach sie fertig. Bin schon weg. Den müssen wir suchen. Bin schon weg. Wo ist der Panzer? Das wird eine hübsche Überraschung. Ich höre. Bin schon weg. Irgendwo hier ist ein Panzer. Ich kann ja schlecht scouten, wenn er nicht da ist. Also er hat jedenfalls geschossen. Geht mal da her. Enttarnen. Ah ja, ich sehe schon, wo was los ist. Ja, wartet hier mal. Ah, das ist schlecht. Wahnsinn. Ja, wenn ich wüsste, wo er ist. Ach ja, Logo da oben. Na, Logo darfst du das. Ihr heilt erst mal alle. Äh, natürlich. Ich würde sagen, wir können hier hin. Alles klar. Hey, was ist denn los? Hat mich jemand angepiept? Sofort. Wie jetzt denn so? Ich geh dann mal. Hey, was ist denn los? Hier rüber. Das heißt, wir haben jetzt zwei Kreuzer. Jetzt denn so. Hat mich jemand angepiept? Bin schon dabei. Jawohl. Bin schon dabei. Jawohl. Sofort. Jawohl. Sofort. Jawohl. Einer geht hier herüber. Hallöchen. Ruhig sind Einsatzbereit. Oh, das gibt es doch nicht, oder? Mehrere Piloten sind auf dem Weg zu ihrem Standort, Captain. Das ist schlecht wie viele. Ich hoffe, mehr als einer. Es wäre ganz gut, wenn es mehr als einer wäre. Jawohl. Wunderbar. Zwei ist gut. Dann kommen wir hier auch durch. Ihr müsst aber zusammenbleiben, Jungs. Bleibt mal zusammen. Hey, was ist denn los? Dann sicher doch. Klar. Dann sicher doch. Klar. Ich geh dann mal. Kein Problem. Klar. Ich geh dann mal. Alles klar. Ich geh dann mal. Klar. Die Nuklearsilos sind gesichert. Wir haben vier Atomraketen in Bereitschaft. Sie warten nur noch auf ihre Befehle. Ich bin da. Hey, was ist denn los? Ich habe nicht geschafft, alle zu stehlen. Das ist der Punkt. Hätte man machen können. Ich hätte nur die Ghosts richtig einsetzen müssen. Oh, das ist schlecht. Ich sehe schon, was los ist. Ich sehe schon, was los ist. Weg. Da sind meine Ghost-Freunde. Bin schon weg. Das wird eine hübsche Überraschung. Jetzt gibt ihr Hilfe gefällig. Ghost erstattet Bericht. Ich mache sie fertig. Halt, 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 halt. Ich höre. Das wird eine hübsche Überraschung. Ich mache sie fertig. Bin schon weg. Erstens mal die Kugel abballern. Das ist wichtig. Ghost erstattet Bericht. Das wird eine hübsche Überraschung. Nuklearer Abschuss festgestellt. Sag, was Sache ist. Endlich. Sag, was Sache ist. Weg schon weg. Nicht alle Kreuzer gestohlen. Wahnsinn. Nuklearer Abschuss festgestellt. Nuklearer Abschuss festgestellt. Ghost erstattet Bericht. Nuklearer Abschuss festgestellt. Sollte auch reichen. Ich mache sie fertig. Ich höre. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich mach sie fertig. Bin schon weg. Das wird ne hübsche Überraschung. Bin schon weg. Ich höre. Das wird ne hübsche Überraschung. Bin schon weg. Ich höre. Das wird ne hübsche Überraschung. Nuklearer Abschuss festgestellt. Die Ghosts sind schon Hammer, wenn man weiß, wie man sie benutzt. Alles mal darüber laufen. Bis hier ist sicher. Endlich. Ich mach sie fertig. Ich höre. Bin schon weg. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich mach sie fertig. Ich höre. Bin schon weg. Das wird ne hübsche Überraschung. Ja, wunderbar. Bin schon weg. Ich mach sie fertig. Ich höre. Bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich höre. Also die Piloten müssen wir mal nehmen. Das sind die hier. Sag was sage ist. Ich bin schon weg. Ich mach sie fertig. Ich höre. Ich war sie fertig. Kreuzer Einsatz bereit. Achtung, wir haben geschehen. Ich bin da. Ich höre. Ich mach sie fertig. Bin schon weg. Ich bin da. Ich mach sie fertig. Ich höre. Ich mach sie fertig. Du tarnst dich mal und läufst nur ein paar Schritte vor. Ich höre. Bin schon weg. Das wird ne hübsche Überraschung. Sag was Sache ist. Ich mach sie fertig. Ich höre. Sag was Sache ist. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich mach sie fertig. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich mach sie fertig. Der ist nicht mehr getan. Ich bin schon weg. Befehle Sir. Absolut. Wird ausgeführt. Ist mir ein Vergnügen Sir. Absolut. Oh das ist schlecht. Ich bin schon weg. Ja Sir. Zielgebiet. Ich bin da. Ich mach sie fertig. Das wird ne hübsche Überraschung. Ja Sir. Ist mir ein Vergnügen Sir. Weiter geht's. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich mach sie fertig. Ich höre. Ich mach sie fertig. Ich höre. Endlich. Ich bin schon weg. Sag was Sache ist. So. Der Panzer kriegt's schön drauf. Ich bin da. Endlich. Das war's mit dem Panzer. Ich mach sie fertig. Das wird ne hübsche Überraschung. Bin schon weg. Den enttarnen wir auch wieder. Dann dürft ihr heilen. Ich bin da. Wo sind eigentlich die Piloten? Wo sind denn die Piloten? Ach da. Okay. Bis hierher dürft ihr laufen. Einen kann ich auch einsetzen schonmal. Hallöchen. Wer denkt sich solche Sachen aus wie Hallöchen? Das wäre ganz gut, wenn ich einen Kreuzer so gehabt hätte. Ich bin da. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich höre. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich höre. Dosen erstattet Bericht. Das wird ne hübsche Überraschung. Die Kugel. Dosen erstattet Bericht. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich bin da. Das wird ne hübsche Überraschung. Ich mach's nicht fertig. Ich höre. Das wird ne hübsche Überraschung. Sag was Sache ist. Ich bin da. Ich bin da. Hier steht noch irgendwo ein Panzer rum da oben. Ich mach sie fertig. Enttarnen. Ich bin da. Ich mach sie fertig. Ich höre. Bin schon weg. Ich höre. Bin schon weg. Ich höre. Bin schon weg. Ich höre. Wird ausgeführt. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Absolut. Weiter geht's. Gut zu wissen. Hallöchen. Das ist ja doch. Hallo. Hallöchen. Das ist ja doch. Alles klar. Ich geh dann mal. Kein Problem. Das ist ja doch. Alles klar. Klar. Das ist ja doch. Den kann man so mitnehmen. Kräuter einsatzbereit. Ich bin da. Das wird eine hübsche Überraschung. Bin schon weg. Ich mach sie fertig. Endlich. Ich höre. Bin schon weg. Endlich. Ich höre. Bis zum nächsten Mal. Du bist nur noch. So, wir haben noch wieviel Piloten? Vier. Hier hinten irgendwo Marker. Einen, zwei, drei, vier, okay. Die sind wieder ganz gut fit. Die terrorisieren den Panzer zu Tode. Bisschen zurück. Panzer nach vorne. Das wird eine hübsche Überraschung. Erstmal enttarnen. Einen Vogel sollte man da herlaufen lassen können. Hallöchen. Ja, Sir. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Hey, was ist los? Alles klar. Endlich. Kreuz, ihr Einsatz bereit. Ja, ist halt hier wahnsinnig. Ich bin da. Ghost erstattet Bericht. Miet schon weg. Endlich. Befehl ist da. Ghost erstattet Bericht. Befehl ist da. Ich bin da. Ich mach sie fertig. Das wird wohl gut für die Maschen. So, Pilot. Ich bin noch zwei übrig. Ich bin da. Hier rüber. Karnen. Panzer killen. Hey, was ist los? Dick, geh dann mal. Hey, was ist los? Alles klar. Kreuz, ihr Einsatzbereicht. Das wird eine hübsche Überraschung. Jetzt haben wir hier oben angefangen. Das dürfte eigentlich nichts sein. Kreuz, ihr Einsatzbereicht. In ihrer Nähe hält sich eine große Flotte von Ligaschiffen auf. Ah ja. Das muss die Verstärkung sein, vor der uns Lieutenant Duran gewarnt hat. Captain, bereiten Sie unsere neue Flotte darauf vor, den Eindringlingen entgegenzutreten. Joa, das sollten wir schaffen. Wir haben ja genügend. Wir haben ja genügend Schiffe. Statt 18 nur 17 Kreuzer, leider. Ruhrfrequenzen laufen. Alle Mannschaften bereit. Ruhrfrequenzen laufen. Wir werden vom Flaggschiff der Liga, der Nora 3 kontaktiert. Also gut. Ich weiß nicht, zu welcher Milizie gehören, aber ich gebe Ihnen den guten Rat, abzuhauen. Sofort. Ich bin General Edmund Duke von der Liga Armahre. Und im Namen von Imperator Mengsk befehle ich Ihnen, Ihre Streitkräfte sofort und bedingungslos zu übergeben. Ah, General Duke. Ich hatte Ihre Streitkräfte eigentlich etwas früher erwartet. Sie sollten wissen, dass wir keine von diesen abgerissenen Bauernmilizen sind, sondern die geballte Macht des Vereinigten Erddirektorats darstellen. Erddirektorat, wollen Sie mir etwa erzählen, dass Sie den ganzen Weg hier raus von der Erde ausgemacht haben? Das ist korrekt, General. Wir sind hier, um zum Wohle der Menschheit die Kontrolle über diesen Sektor und seine Bewohner zu übernehmen. Nur über meine Leiche. Es ist mir absolut egal, wo du herkommst, Söhnchen. Niemand sagt der Terranischen Liga, was sie zu tun hat, solange ich an Bord bin. An alle Einheiten. Feuer frei! Ja, dass man nie miteinander reden kann, ist ja der Wahnsinn. había mercy on you Bord Sinner, die kann ich nennen, was ich nicht mehr nicht mehr grain. Immer mit der Ruhe. Gute Tag, Omarva. Nichter grave, Energie. Den Fragesignal. Gute Tag, Omarva. Nichterarde, Energie. 10 stück na ja immerhin sind ein paar übrig geblieben ich hoffe ihr verfolgt auch die dritte mission von terrain die war nicht perfekt durchgespielt dafür aber relativ schnell ja mir hat spaß gemacht und wir sehen uns dann in mission 3 der terraner vergesst nicht ein abo da zu lassen wenn ihr noch keins habt und ansonsten viel spaß bei allen weiteren videos im kanal wir sehen uns macht's gut so Vielen Dank.